Herr Schlangen, haben Sie schon mal so viel Glück gehabt, wie im heutigen Bundesligaspiel, seit dem Aufstieg? Ich habe das größte Glück gehabt, wie ich meine Fahrt geheiratet habe. Wissen Sie, was das heute war? Das war eine hochtrabende Taktik, so kann der Trainer antworten. Stehen Sie? War doch kein Glück. War können. Ah ja, ich muss erst mal das Gegenteil beweisen. Ah ja, bei großen Trainern sagt ihr, das ist eine hervorragende Taktik gewesen. Wenn aber wir mit unseren kleinen Vereinen kommen, dann ist es ein Glück. Ein Glück hast du erst dann, wenn der Schiedsrichter keine Hände pfeift. Wenn ein Felsspieler den Ball fängt, dann hast du einen Glück. Aber wenn gegnerische Stürmer vorbeischießen, da hat das mit Glück nichts zu tun. Also, ich gönne den Kalil. Jeden Sieg, jeden Sieg. Wenn Sie so weit ein Spiel hätten, wie in der ersten Halbzeit, hätten wir so einen Mist, wie in der ersten Halbzeit, hätte er gewinnen müssen per Excel-Loss. Da wäre es noch nicht mal hier neidisch drum. Aber Sie können nicht von Glück reden. damals, in dem letzten Halbzeit,容量 ist der Schiedsrichter, die der Schiedsrichter anzurelle số Nummer eins. Und jetzt haben Sie dann noch einen Sturz. Dann haben Sie mich auf eine Schiedsrichter, die ich im Auskaufaut war.